Vegetarisch bzw. vegan spielt definitiv eine große Rolle in meinem Leben. Dadurch, dass ich seit sieben Jahren selbst rein vegan lebe und auch von Beginn an meinen Hund rein pflanzlich ernähre. Einfach aus dem Grund, weil mir einfach Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Tierwohl sehr wichtig sind. Ich habe mich zu Beginn an natürlich informiert, ist es möglich, einen Hund vegetarisch zu ernähren? Ich habe natürlich sämtliche Bücher hoch und runter gewälzt, mit Tierärzten Rücksprache gehalten, weil ich wirklich 100 Prozent sicher sein wollte, dass es für meinen Hund erstens gesund ist und dass es halt auch wirklich funktioniert. Also seit ich angefangen habe, den Findus vegetarisch zu ernähren, bin ich regelmäßig zu meiner Tierärztin und da habe ich schnell gemerkt, okay, der Hund ist fit. Von daher war das für mich auch nochmal eine zusätzliche Bestätigung, okay, vegetarische Ernährung bei einem Hund funktioniert. Green Pet Food steht für sensible Hundeernährung. Wir legen großen Wert auf hochwertige Rohwaren und Zutaten, die wir aus der Region beziehen. Das sind Kartoffel, Erbse, das ist Sonnenblumenöl und hochwertige Fasern. Das alles extrudieren wir und machen daraus hochwertige Kibbles. Wenn ich das mit meinem ersten Hund vergleiche, der damals Fleisch bekommen hat, er hat immer irgendwie diesen Hundegeruch gehabt, diesen typischen Hundegeruch. Und seitdem ich ihm das Veggie-Dog verfütter, der Hund riecht nicht, er hat tolles Fell, er ist fit, er ist vital, er hat Power. Also für mich einfach ideal.